Meine Gedanken, wirklich. Alles in mir. Lies mich glauben, dass ich dich liebe. Lies mich, lies mich über dem Drasen gehen, lies mich in die Knie gehen, in dieses Gebüsch kriechen, deine Hand halten, dich küssen. Ja, und dann nebeneinander liegen und mein Hemd aufknöpfen, meine Brüste berühren. Hi! Ah, wer ist da? Viktoria! Mama, was ist, wenn ich meinen Schwanz zwischen die Brüste des Nachbarmädchens presse und sie sagt, dass sie das nicht will? Wenn ich eine Erektion gehabt hätte, hätte ich mich von ihr abgewendet und ich hätte mich hingesetzt. Ja, weil eine Erektion in D-Shorts, jeder hätte es gemerkt. Die Küse sind schwarz. Das hat man davon, wenn man nicht aufpasst. Meine Brüste haben eine so schöne Form. Lass mich, ich kann nicht. Was ist es denn? Es tut mir leid. Ich hab doch Lust. Es tut mir leid, ich kann nicht. Ich möchte doch. Ich bin auf dich. Was ist es? Bin ich dir zu alt?